SOROK-PJÄĆ Fünfundvierzig V KINO Im KINO My chocemo v KINO Wir wollen ins KINO Heute läuft ein guter Film. Film zielkom nový. Der Film ist ganz neu. Deje Kassa Wo ist die Kasse? Gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze? Was kosten die Eintrittskarten? Wann beginnt die Vorstellung? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Kann man Karten reservieren? Kann man Karten reservieren? Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte vorne sitzen. Ich möchte vorne sitzen. Ich möchte vorne sitzen. Der Film war spannend. Der Film war spannend. nicht langweilig. Aber das Buch zum Film war besser. Aber das Buch zum Film war besser. Wie war die Musik? Wie war die Musik? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Wie war die Schauspieler? Wie war die Schauspieler? Untertitelung des ZDF, 2020